Es gibt viele Geschichten über Glück, doch was ist schon Glück? Mein Name ist Miu. Ich bin ein Kind der Generation Internet und das ist meine Geschichte. Ich war glücklich, ohne mir darüber bewusst zu sein. Ich hatte meine Mama und meinen Papa, also ein unbeschwertes Leben als Kind, bis zu dem einen Tag, als sich alles änderte. Mein schweren Unglück auf der A4 sind heute drei Personen ums Leben gekommen. Miu? Miu? Ja? Ihr hattet einen Unfall. Deine Eltern konnten leider nicht gerettet werden. Ich war auf mich allein gestellt. Alles, was mir blieb, war mein Hund Balou. Ich werde niemals aufgeben. Das wusste ich. Ich lebte weiter und versuchte daraus, das Beste zu machen, auch wenn es manchmal schwer war. Verlor ich nie mein Lächeln. Und ich wusste, irgendwann wird ich auch glücklich. Und das Leben zog an mir vorbei. Doch was ist das Leben? Was will es von mir? Hab ich Glück, dass ich lebe? Oder braucht das Leben mich für seine Geschichte? Oder ist die Geschichte nur ein Traum? Ähm, ich wollte noch sagen, äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich geb euch noch ein Bäm, Bäm. Achso! Danke. Mahers mentioned. Vielen Dank.